Musik Ein Spiel, ein iPlay, eine PS4, euer iPlay PS4 wieder hier. Ja Leute, heute zeige ich euch eine kleine Information zu den 800 Abonnenten Special. Also Leute, erstmal ein riesiges Dankeschön an euch. Also es hat mich so geflasht, wo ich das gesehen habe und allein das letzte Video, das schoss so durch die Decke. Also wirklich, es tut mir auf jeden Fall leid, dass es ein bisschen klickgeiler Titel ist, aber es war nicht mit Absicht. Und ja, ich feiere euch auf jeden Fall. Ihr seid wirklich die beste Community, die man sich vorstellen kann. Wirklich Leute. Und dazu habe ich mir halt so einiges überlegt, was ich denn machen könnte zu den 800 Abonnenten Special. Und ja Leute, ihr könnt mit mir natürlich zocken. Wir fahren dann Rennen, wenn ihr Bock drauf habt. Oder auch machen, ja ein kleines Tuning-Treffen würde ich jetzt mal sagen. Und werde dann auf jeden Fall ein Video darüber machen. Und ja Leute, wann das stattfinden wird, kommt auf jeden Fall noch ein Video dazu. Entweder morgen oder am Mittwoch. Und da wird halt noch so einige Details auftauchen, beziehungsweise ich euch sagen, wie ich das vorhabe. Und ja, ich bin jetzt erstmal raus Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Mit einem Like würde mich ziemlich drüber freuen. Und ja, ich bin jetzt raus Leute. Haut rein. Ciao.